Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Fiesta Online mit einmal hier Ritchie Z4LP, sag Hallo Hallo und Mia Lighting SP Was haben wir beim letzten Mal gemacht? Ich habe versucht eine Gilde zu gründen, die Let's Play Fiesta heißt, aber irgendwie hat der Name nicht funktioniert und ich hatte nicht genug Geld dabei, deswegen habe ich es jetzt gelassen und ja, egal Okay Wir schauen uns jetzt mal hier, Eingang zum geheimen Keller, weil wir das noch nicht gesehen haben, klicken wir einfach mal an hier Geheimer Keller betreten, ja Geheimer Keller wird geladen Sieht ja episch aus Was zur Hölle ist das denn? Okay Ist das eine Instanz? Eine Low Level Instanz? Scheint so Oder Raphael, der hat eine 50er Blue Axe Yay, Hallöchen, Abenteuer Ich brauche deine Hilfe Bitte Chief Ruminus um Hilfe Ja, ja, von mir aus Äh, ja Was ist das denn? Da ist ein Eingang zu einem Nest Leviathan Nest Du musst das Zugangs-Item haben, um den Instant Dungeon betreten zu können Hoffelig Und wo bekommen wir das her? Ja, wahrscheinlich gerade von... Wir haben doch gerade bei dieser einen Tussi da Äh, die Quest angenommen Da steht, der sagt Bitte Chief Ruminus um Hilfe Das ist doch der Bürgermeister, oder? Äh, ja Ohne den Schlüssel kann niemand diesen Ort betreten Er hat vielleicht einen Reserve-Schlüssel Sag ihm Bescheid Gehen wir doch mal dahin Okay Vielleicht sind wir auch noch zu klein Weißt du? Könnte er sein Schauen wir mal Auf jeden Fall, Leute Fängt in 5 Minuten die Kaku an Ich hab hier irgendwie das Gefühl, dass ich wieder nicht reinkomme Ach was, das ist seine Schleimheit Es geht Denk ich So, Questliste Und... Ne, hier haben wir nichts Hm Hm Ja, vielleicht ist es halt eine Eine höhere Quest Und hier wurde Habt ihr das gesehen? Ihr habt es in meiner Aufnahme gesehen Hier wurde ein Noob getötet Dieser High Mage Der seine Rüstung ausgezogen hat Sieht aus wie ein Noob Ohne Waffe Aber er muss 70 plus sein, glaube ich Weil er Inferno gemacht hat Das ist eine sehr schöne Uhr Und hat da den Noob weggeroffelt Ja Wunderbar Weggeroffelt Ohne Gnade Ohne Spaß So Weggestoßen Ähm, was machen wir denn jetzt? Ja Gehen wir nicht irgendwo hin? Äh, ich denk schon Weil die Kaku Wird bestimmt nicht sofort losgehen, denk ich Man weiß es nicht Ja, ich würd sagen Ich mach Vorher noch Level Up Wenn ich es schaff Kloppen wir Ja, das solltest du auf jeden Fall tun Kloppen wir einfach Irgendwelche Mobs tot Die uns gar nichts getan haben Wir töten einfach 16 Schleime Hey 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 Welch eine Idee Noch 13 Oh mein Gott 13 Schleimis Bam Level Up Oh yeah Cool Oh yeah Auf geht's Gut Hast du noch ein paar Quests anzunehmen? Ich habe Quests anzunehmen Geh einfach mal auf Folgen Ja, Folgen Wo ist es denn? Folgen, hallo Folgen, folgen Ja, du geh Lauf Ja, okay Komm Komm mit Wieso leuchtet denn das Schwert nicht? Das müsste doch eigentlich blau leuchten oder nicht? Welches? Level 8 ist Oder hast du jetzt das Level 10 Schwert in der Hand? Das ist das Level 8 Schwert Achso, der hat dann immer das Level 10 Level 10 Tada Oh Episches Schlimm Oh mein Gott Es leuchtet blau Yeah Blau wie die Ähm Wie das Meer Hoffnung? Ich weiß es nicht Hoffnung ist da nicht Blau, Hoffnung ist grün, glaube ich Die Hoffnung grün, Leute? Ich glaube schon Schreibt es in die Kommentare Genau Devil Style Olex Was ist das denn für eine? Ein Olex Was hat der für einen Hammer? Ein Weihnachtshammer Das ist ein Cover Ein Weihnachtshammer Das sind zwei Glocken Der hält wohl für eine Kuh Hahaha Und Diese blöde Julia Gibt mir immer noch nicht meine Kuh Die hat uns gerade Also mir zumindest Die Quest für die große Krabbe gegeben Die wir mittlerweile schon Gefühle der 20 Mal getötet haben Willst du mich verarschen? Gib die Quest sofort auf Gib so viel XP Scheiß Baggiäster Ach guck mal da Was denn? Was abzugeben Okay Ähm Lager Wann geht die Kaku los? Es ist doch jetzt, oder? Ähm Halt Ja Nein Sofort Ruf schon mal das Fenster auf Ich muss noch mit der Vielleicht Ersten sind Mit der Tussi hier reden Okay 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 Wir gehen in Sofort Deine Schleimheit A Schleimheit A 22 Uhr Geht gleich los Ich weiß noch Wenn man das hier oben Immer aktualisiert Dann sieht man schneller Ob der Status geöffnet ist Das muss man bei Pinose machen Weil man sonst nicht mal reinkommt Weil so viele Leute da rein wollen Wie aktualisiert man das? Da oben rechts neben deiner Map Ist doch diese Zeituhr Da einfach immer draufklicken Ah Okay Ich klicke Und 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 wir warten Und wir warten Ja komm Wie lang geht denn eine Minute? Ja Eine Minute ist eine Minute Mein Lieber Oh mein Gott Sput Guck mal da ist Seine Schleimheit G Es sind doch noch elf Leute Reingegangen Ja Stimmt Da hätten wir noch rein können So ein Maester War auch Es ist offen Ich bin da Oder Bin ich erster Wo sind Das Geräusch Nein Du warst erster Oh mein Gott Das Geräusch Wenn man da reingeht So Hier hast du auch schon Die Quest bei der Dingens Wie heißt sie denn da hinten? Templerin Maria angenommen Oder hast du da überhaupt eine? Ja Da war ich ja vorhin Ich hab ja Da wo du die Gilde machen wolltest Ah okay Gut Ich geh jetzt aber hier erstmal zu Pei Weil ich da was abgeben kann Der hat auch eine epische Rüstung Ist das eine Rüstung? Ne das ist wahrscheinlich ein Skin Warte mal Ja Da Fino töten Was Wer Da hier Der Mentos Ja ne das ist ein Anzug Ah okay Ein Also ein CSler So wie du So wie ich Aber auch nur weil ich es übrig hatte Und da jetzt diese Idee mit dem Let's Play kam Dachte ich mir Wieso nicht Achso Apropos Ich werde gleich mal in der KQ Amos benutzen Oh mein Gott Ja Amos sind wie gesagt Dazu da mehr Schaden zu machen Und mehr auszuhalten Ja und genau das werde ich tun Ich werde viel aushalten Und viel austeilen Obwohl du nicht ausgeskillt hast Wie nicht ausgeskillt Egal Egal Meine Bruskels reichen über dein Wissen hinaus Mein lyrisches Opus Genau Oh mein Gott Was habe ich da für einen Haufen Scheiß bekommen Auf jeden Fall habe ich gerade gesehen Ich habe keine Damage Amos mehr Ich muss kurz in den Item Shop Also so Und sah das dann früher meistens aus Wenn man von etwas nicht mehr hatte Und ich habe noch CS-Pots Und guck mal nur für dich Komm mal her Was denn? Wo bist du denn? Ich bin hier gerade Wo bist du denn? An meinem Lager Mal her Warte ich habe hier gerade geile Sachen gefunden Wie sind die Leute in der Kaku? Oh mein Gott So Leute ich ziehe jetzt einmal diese geilen Ohrringe Des Schleims an mit 25 HP und 25 SP Blub Und diese Kette Und noch den zweiten Ring So Was hast du für mich? Hier das hier Guck sie an Was denn? Oh Oh wie süß Wunderschön So und wo hast du Schon wieder diese Ohrringe her? Ich will auch Lager Guck mal ich habe ja Ganz gute Ohrringe noch im Lager Aber nicht so Sowas wie du Ich habe welche mit HP 25 Wenn du die willst Ähm Die haben Orgene Ja Die haben Aus plus 2 Gas plus 1 Int plus 2 Ne ich habe einen mit Crit plus 1 Oder haben die auch noch Crit? Ne die haben dann nur noch 8 M Def Ne kannst du mal halten Will ich nicht Ich könnte mal Ringe gebrauchen Ringe habe ich gar keinen Hier mit Level 26 Habe ich 2 26er Blue Ohrringe Yay So Wir benutzen dann auch mal wieder Gleich hier so alle Rollen Die man so haben kann Pumpen uns voll Pump it up Pump it Und wer hier Hier in meinem Lager Gerade seht Oh mein Gott Aber das werde ich ja diese In diesem Let's Play Nicht mehr anziehen können Weil wir nur bis Level 30 Spielen Stimmt's Oder habe ich recht? Ja du wolltest Nur bis Level 30 Spielen Ja Richtig Das reicht Also von mir aus Könnten wir dann auch noch So ein bisschen Weiter zocken Wenn wir Lust haben Ja Vielleicht wird ab und zu Dann mal Ein kleines Partchen Hochgeladen Auf jeden Fall Machen wir noch Ein Special Das sage ich dir Aber das wird man nicht Verraten Was Zeige ich dir Dann noch Offscreen Okay 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 Sag mal wann geht denn diese Scheiße hier los Wie viel Zeit haben wir Überhaupt noch Ähm Der Part geht noch Drei Minuten Jo Und dann warten wir Die drei Minuten noch Und dann würde ich sagen Ja warten wir bis Bis die Kaku losgeht Richtig Weil wir dann eh nichts machen Wir stehen jetzt hier einfach Dann nur rum Richtig Verkaufen noch unser Nutzloses Zeug Was wir eh nicht brauchen Also das mache ich jetzt Zumindest Ja Ich habe mein Nutzloses Zeug Schon verkauft Und Hast du jetzt eigentlich Dieses Pferd Sieben Tage Ja Holzpferd Können wir das auch benutzen Okay So damit Sind wir nämlich Schneller zu Fuß Sieht zwar ein bisschen Ja Ich sag mal dämlich aus Aber Hauptsache wir sind schneller So Kaufen Wir möchten zwar nichts kaufen Aber wir möchten verkaufen Was möchte ich denn verkaufen hier Das feste Fleisch Die Dinger hier So Das hier Ähm Ne Den Licht Das auch nicht So Und das Level 8 Schild hier Macht auch Also hat auch mehr Verteidigung Als unser Plus 6 Schild Das hat sich ja unheimlich gelohnt Blub Blub Gut Yay Was kaufst du dir denn Schönes Ich verkaufe meine Sachen Achso Mein ganzes Hab und Gut Habe ich jetzt verkauft Was haben wir denn hier noch Beherrschung Einhänder Hä Warum habe ich das jetzt nochmal Kann man das Oh na toll Ich glaube das hat nicht mal Geld gebracht Egal Boah dieses Pet Alter Da kann man nix wegwerfen Nix kann man wegwerfen hier Das nimmt sofort wieder alles auf Ein Messie Pet Meisterin Und jetzt erzähl ich was Was ist das für ein kleines Schild Hast du das da hingeworfen Hm Hast du ein Schild Das ist dein geblößtes Schild hier Was da liegt Oh Leckt ein kleines Schild Nein Das habe ich aufgenommen Ich hab meins Level 1 plus 6 Ja das habe ich im Inventar Guck da Sicher Ja guck da Da Ach okay Dann habe ich jetzt auch eins Für Priester sogar Yay Können wir uns gleich noch einen Priester machen Achso Machen wir dann nochmal Ein Together mit Mit Den zwei anderen Klassen Nein Wie meins Ähm Ich glaube der Part ist jetzt dann fertig Oder Ja ein bisschen Zeit Um zu blubbern Haben wir noch Blubber 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 Ja Und dann nutze ich die Zeit mal um zu schauen Wie viele in der KQ drin sind Drei Oh je So der eine ist wieder rausgegangen Oh mein Gott Das sieht doch vielversprechend aus Äh Ja Ähm Ich hoffe mal Das es noch losgeht Ja gut Wenn du die Amos reinpfalst Dann wird es eh was Könnten wir uns sogar zu zweit packen Zu zweit Hm Ich denke es mal Ich war noch nie in Schleim heute Glaube ich Okay Äh ich glaube nicht dass wir das zu zweit schaffen Schleim heute Also der Boss ist ziemlich heftig Wo kommt man hier kann man doch sein Haus öffnen Hallo Ah Ja ja das ging nur gerade nicht weil ich in der Nähe von einem NPC war und wir müssen den Part beenden Also ich sag mal äh ja tschüss Und jetzt haben wir zu lang geblubbert und ja wir sehen uns dann beim nächsten Mal wenn die KQ losgeht Bis dann Leute Also Also Wir zweiten